Was machst du da? Severin, was machst denn du hier? Also für mich sieht das so aus, als würdest du wieder meinen Zaubertee klauen. Was ist denn der Klauen nun? Schon wird er. Ich teste. Testen also? Also bin ich ja der Chef. Das ist theoretisch meins. Bestell dir das doch einfach selber. Das ist doch gar nicht so schwer. Du weißt doch, dass ich das nicht kann. Stellerei immer. Wie mache ich das? Ich erkläre dir das jetzt noch eh mal. Verstanden? Und dann will ich dich nie wieder hier in meinem Raum sehen. Ist das klar? Und so kommt ihr zum Shop. Einfach auf den Link in meinem Insta- oder TikTok-Buch hier gehen und schon seht ihr den Zaubermerch-Shop-Button. Bei Zaubermerch gibt es viele leckere Sorten, wie der superbeliebte Butterscotch-Bru, den Liebestrank, den Quicks-Tank oder die Frenix-Train-Mischung und noch viele mehr. Aber auch, wenn ihr auf Magisch am Tende steht, werdet ihr bei Zaubermerch nicht enttäuscht. Es gibt viel zu entdecken, wie die Vampirkerzen, die Zauberbuch-Vase, die magischen Salz und Pfeffer-Streuer oder die Tee-Kessel-Tasser und noch einiges mehr. Es wollen sich auf jeden Fall mal etwas zu stören. Und wenn ihr dann noch denkt gut, fällt die 10 benutzt, bekommt ihr 10 Prozent Arbeit auf eure Bestellung. Und wie Dumblebert immer zu sagen trägt, ein bisschen Marquis schadet nie. Klingt jetzt ja nicht so schwierig. Probiere ich beim nächsten Mal aus. Wirklich. Aber ich muss jetzt doch los. Na dann. Vollidiot. Hier verstecken wir uns also. Spritzle. Wir haben noch eine Rechnung offen, Kollege. Ja? Du kleine Betzer. Hallo? Du hast mal vom Bauch gezaubert. Das tat voll weh. Ich bin komplett im Recht. Ich bin gerne Betzer. Das klären wir jetzt. Ich sage mal jetzt. So schlimm sieht es ja auch nicht aus. Kleiner Rebaro zauber und der Drops ist wieder gelutscht. Sollen wir vielleicht auf unser Zimmer gehen? Ja, vielleicht das Beste. Das ist nicht sein Ernst. Vor allem Ole Zauberstadt. Ich wasch das doch nicht so ab. Das ist noch wegen dir.